Da ist doch, da wollte ich hin. Ja, ich wollte nicht sagen, finde ich zu nieder nichts, aber wow. Oha. Zombie. Ähm. Moment, einmal kurz schwimmen. Oh. Okay, dann können wir hier jetzt nochmal irgendwie... ...nummer falsch anrunden. Gut. Hm, hm. Ich hab auch irgendwie Lust hier mal ein bisschen... ...bedünscht da noch auszuweisen. So. Oh. Oh. Äh. Okay, ich weiß einfach nicht. Ich komm mit Blättenboden raus, weil er ansonsten... ...sicherungsgroßes Maß vergisst. Hm. 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 Ho. Being. Yo. Haus. So. 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 So wie ich bin? Was? Oh, wo dei, wo die how lest � navigating, wo personnages sie? Oh. Oh, wo diese quadrinale sind ... Ja, wo die Quadras zum amazed, epäthorz und Paystoraco, wo die Quadrinale sind warst. Hier habe ich ein bisschen viel Moos-Stein. Sieht doch komisch aus mit dem Texture-Pack, aber gut soll's. So. Okay. So. Dann noch hier die zwei. Drei. Vier. Und ich muss hier noch mal zurück. Gehst du noch erst hin? Ja, da gehst du mir noch erst hin. Was ist los? Oder ist das? Ich glaube wir kommen nie wieder raus. Okay. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht das ganze in Ruhe. Redstone sieht ja geil aus. Cola. Eisen. Lockwater. Ich könnte mir theoretisch ja auch mal die Dings mitnehmen. Ist nicht von mir. So. Wir sprinten mal geschickt hier lang. Und kommen wieder in einen unheimlichen Teil. Das hier ist nicht toll. Okay. Äh. mh. Oh, hu hu hu. Wechselspawner, Entspawner. Hm. Puh. Okay. Ich würde da nur übertrieben mit Spenden nehmen. Ja, ich glaube, von dir kamen wir. Irgendwie. Ich denke, ich habe das jetzt schon selber richtig gehört. So, und jetzt gucke ich, wohin ich wieder rauskomme. Hier längs. Ich glaube, hier längs. Nein. Da längs war es nicht. Dann war es hier längs. Da geht es mir nicht so lang. Da. 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 Das. Hier richtig verschwindet rein. Ja. Also. Genau. Was ist hier? Ja. Es liegt neben mir, wo wir fliegen könnten. Oh nein. Auf keinen Fall, weil hier ist Wasser. Ich habe schon ein bisschen Lust hier weiter lang zu gehen. Mmh... Mmh...